Da ich hier meine Freunde gefunden habe, bin ich hier extrem gerne. In allen Ferien von März bis November treffen wir uns im Kloster Benediktbeuern, um den Außenbereich der Jugendbildungsstätte Aktionszentrum neu zu gestalten. Mir gefällt hier besonders das gemeinsame Arbeiten. Dabei schaffen wir zum Beispiel neue Sportanlagen, pädagogische Elemente und eine Outdoor-Küche. Diesen Spirit, diese Wertschätzung, die man sowohl lebt als auch im Team hat, das ist einfach unheimlich toll. Unser Ziel, anderen Jugendlichen einen nachhaltigen Begegnungsort zu bieten, ganz im Sinne Donbaskus. Und das hier war mal das Bienenhaus. Von den eine Woche vorher fertiggestellten Projekten war so gut wie alles kaputt. Doch durch diese Hagelschäden hat sich das gezeigt, was uns ausmacht. Unser Zusammenhalt. Aus Krisen kann immer etwas Gutes entstehen. Und so schnell lassen wir uns nicht unterkriegen. Man kann uns unterstützen, indem man vorbeikommt und mitarbeitet. Oder finanziell über betterplace.org slash p82969 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020